Guten Morgen, es ist jetzt 20.07 Uhr, bin auf dem Weg zur Arbeit, aber nicht zum Arbeiten, wir treffen da gleich ein paar Arbeitskollegen und dann fahren wir heute wandern. Ich bin schon mal gespannt, es ist irgendwie so, ich schätze mal 2,5-3 Stunden Fahrt mindestens von hier, wo es genau hingeht, ich werde es euch nochmal sagen, ich weiß es selbst gerade nicht, auf jeden Fall soll es ziemlich schön sein, dann werden wir irgendwie wohl erst eine Bootstour kleine machen, dann geht es irgendwo auf den Berg rauf und dann mal weiterschauen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt sind wir hier irgendwo gerade angekommen. Nachdem wir hier, keine Ahnung, ein paar hundert Meter schon berg rauf sind. Wetter, das ist eher durchwachsen. Jetzt gehen wir wahrscheinlich mal zur Bootanlegestelle. schon mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020